Herzlich Willkommen und Namaste zum Center of Excellence for Meditation. Heute sprechen wir mit Sukadev. Ich bin wie immer Yashoda von Bliss Union und Sukadev ist der Leiter und Gründer von Yoga Vidya. Sukadev hat ein großes Lebenswerk geleistet, also meine Achtung ist der auf jeden Fall gewiss. Ich weiß gar nicht, wie viele Stadtzentren von Yoga Vidya gibt es inzwischen? Om Namaste. Willkommen. Ich freue mich jetzt hier sein zu können. Wir haben inzwischen etwa 80 Yoga Vidya Stadtzentren, aber sicherlich viele hundert, die gegründet wurden von Yoga Vidya ausgebildeten Yoga Lehrern und Lehrerinnen. Und es gibt auch vier Ashrams und in einem davon in Bad Meinberg sitzt du. Und von hier aus führen wir das Interview. Danke, dass du da bist. Und vielleicht magst du ein, zwei Sätze noch sagen, was du alles machst unter dem Schirm von Yoga Vidya. Ja, Yoga Vidya ist ein Netzwerk von Yoga Lehrern, Yoga Zentren, Ashrams. Ich selbst gebe viele Seminare, Ausbildungen, Weiterbildungen, bin jeden Tag in einem Satsang, also Meditation und Mantra singen, auch online zu sehen. Ich produziere Videos und Audios, Autor einiger Bücher. Und vor allen Dingen freue ich mich, mit Menschen in Kontakt zu treten, mit denen ich dann eine spirituelle Verbindung haben kann. Und den einen Satz muss ich einfach noch anfügen. Ich glaube, die ungemeine Menge an dem, was du tust und es hat sich ja materialisiert, das ist ja der Beleg dafür, ist nach meiner privaten Interpretation als Yogi nur möglich, wenn man sein Sadhana, seine spirituelle Praxis kontinuierlich am Leben hält. Und dafür bist du echt ein gutes Beispiel und ein tolles Vorbild. Also ja. Gut, dann kommen wir zur Meditation. Wie war dein Weg zur Meditation? Ich würde sagen, es gab vier Schritte für mich in die Meditation. Der erste war sogar als kleines Kind hatte ich Erfahrungen von Engeln, von Lichtwesen. Wenn ich als kleines Kind mich auf ein Bett gesetzt hatte und in eine bestimmte Richtung geschaut hatte, da war ein Licht und da habe ich irgendwo eine Gegenwart gespürt. Und das habe ich eine Weile als Kind regelmäßig gemacht. Danach habe ich das ein bisschen verloren. Danach habe ich ein Pferd bekommen und habe angefangen zu reiten. Und ein Reiterkollege, der hat irgendwann gesagt, als er gesehen hat, dass ich nicht so ganz entspannt bin, hat mir gesagt, ich müsste mal meditieren und viel Kopfstand machen. Dann habe ich ihn gefragt, was das heißt. Und dann hat er mir gesagt, soll mich einfach hinlegen, hinsetzen und den Atem beobachten. Gut, so habe ich damit als wahrscheinlich 12-, 13-Jähriger begonnen. Vielleicht auch 14-Jähriger. Gut, dann nichts. Und in dem Zusammenhang habe ich dann auch irgendwann gedacht, ich müsste so denken wie ein Pferd. Und ich wusste nicht, wie ein Pferd denkt, aber ich wusste, ein Pferd formuliert keine Worte. Als erstes muss ich lernen, wortlose Achtsamkeit zu haben oder wortlose Bewusstheit. So habe ich es genannt. Also habe ich fast besessen davon, ich will lernen, bewusst zu sein, ohne Worte zu formulieren. Und das habe ich dann zum einen sitzend gemacht. Ich habe ja schon irgendwie gelernt, ein bisschen Atem beobachten. Das heißt, ich muss alle Worte abschalten. Und zum zweiten auf dem Pferd. Dabei habe ich etwas gehabt, was ich heute als überbewusste Erfahrungen mache, bezeichne. Insbesondere, wenn ich diese wortlose Bewusstheit geübt habe auf dem Pferd, während wir getrabt und galoppiert sind. Und ich habe dann auch die Trense weggelassen und den Sattel, habe einfach nur auf dem Pferd gesessen. Wir sind einfach durch die Gegend gelaufen. Wir waren wahrscheinlich so etwas wie ein Centaurer. Also Mensch und Tier verschmelzen zu einer Einheit und gleichzeitig verschmelzen wir noch mit der Umgebung. Und irgendwann, aber ich habe dann festgestellt, das ist immer zu Ende, wenn ich vom Pferd runtergehe. Und dann fand ich es, irgendwo fand ich es auch nicht gut, auf dem Pferd zu sitzen. Irgendwo habe ich auch gespürt, so ganz toll findet der das auch nicht. Das sind nicht immer diese Erfahrungen der Einheit. Ich bin ja schon der Meister und er muss tun, was ich will. Gut, dann bin ich, dann kommt der nächste Schritt. Und der nächste Schritt war, vom Intellektuellen her wollte ich wissen, worum geht es im Leben. Ich habe irgendwo parallel festgestellt, es gibt so viel Leid in der Welt. Menschen, so viel ungerechter, Krieg, Hunger. Und auch in Deutschland, da gab es ja diesen Film Holocaust, der mich sehr berührt hatte und gedacht hatte, also die Generation meiner Großeltern, das haben die gemacht. So freundliche Menschen, die ich dort kenne. Und ich wusste zwar nachher meine Großeltern auf beiden Seiten, die waren keine Nazis, auch keine Parteimitglieder und so weiter. Aber es war doch diese Generation. Ich habe gesagt, was ist der Sinn des Lebens, wenn so viel Schlimmes passiert in der Welt. Gut, dann habe ich dann angefangen zu lesen und mit 16 habe ich dann mit einem Buch angefangen zu meditieren, weil ich gedacht habe, Meditation ist der einzige Weg raus aus dem Leid. So viele Menschen leiden und es scheint so zu sein, wenn man meditieren kann, man über das Leiden hinaus. Also habe ich gedacht, es ist wichtig zu meditieren. Mit 16 hattest du schon die Erkenntnis. Ja, also ab 13, 14 war ich auf der Suche. Mit 16 hatte ich gedacht, jetzt habe ich den Weg gefunden. Jetzt musste ich nur noch gucken, welchem Lehrer ich folge. Und das war dann praktisch der nächste Schritt, dass ich dann letztlich in Same Vishnadevananda meinen Lehrer gefunden hatte und von einer Schülerin von ihm, eine heutige Swami Durgananda, damals hieße Durga Devi, dort meinen ersten Meditationskurs gemacht habe und das war letztlich der nächste Schritt in die regelmäßige Meditation. Und von da, also du hast ja relativ früh angefangen, wie hat sich deine Praxis weiterentwickelt? Hat es dann nochmal gestoppt, weil andere Interessen kamen oder bist du so kontinuierlich? Letztlich seit ich 16 bin, gab es keinen Tag ohne mindestens 20 Minuten Meditation. Es gab natürlich... Meiner keine Glocken und kein Ding, aber... Es gab natürlich Phasen, wo ich mehr meditiert habe und weniger meditiert hatte. Ich wollte ja die Gottverwirklichung erreichen, Selbstverwirklichung erreichen. Also habe ich entsprechend viel meditiert, aber es ist mir nicht mehr ganz so gelungen, in die Stille zu gehen, wie ich es eigentlich so als 13-, 14-Jähriger gemacht hatte, so sporadisch als Reiter. Und so habe ich dann auch überlegt, wie kann ich besser meditieren? Ich habe jeden Menschen gefragt, wie kann ich besser meditieren? Es kamen ja auch alle möglichen Gastlehrer ins Center. Und einer hat mir dann gesagt, ich sollte viel Pranayama üben. Pranayama sind die Atemübungen. Und da hat er gesagt, ja, Pranayama, die Atemübungen dir helfen, wenn du schneller, tiefer in die Meditation kommen willst. Dann habe ich halt gefragt, wie viel Pranayama soll ich denn machen? Da hat er gesagt, ja, so viel du Zeit hast. Was er nicht wusste, ich hatte sehr viel Zeit. Ich bin grad Student geworden oder gewesen und hatte... Eigentlich wollte ich die Selbstverwirklichung erreichen. Ich habe nur studiert, weil ich hatte gedacht, irgendwas muss ich ja tun. Irgendeine Mission ist die Selbstverwirklichung zu erreichen. Ich war dann noch unter 18. Also war ich auch abhängig davon, dass meine Eltern irgendwo allem Möglichen zustimmen. Und gut, also wollte ich intensiver praktizieren. Habe halt ein bisschen studiert, aber wenig Kontakt gehabt. Und dann habe ich sehr viel Pranayama geübt, sehr viel Atemübung, mehrere Stunden am Tag. Und dabei habe ich verschiedene Kundalini-Erweckungserfahrungen gehabt, an Überbewusstseinserfahrungen und so weiter. Gut, so war dann die Phasen. Ich habe dann auch Phasen gehabt, wo ich... Also mehrere Jahre habe ich zwei bis vier Stunden Pranayama am Tag gemacht. Plus durchschnittlich eine Stunde Meditation, eins bis drei Stunden Asanas. Was deshalb ging, weil in der Zeit mein Schlafbedürfnis sich auf drei bis vier Stunden reduziert hatte. Und ich auch ansonsten wenig Zeit verschwendet hatte. Wow. Ja, so war dann die Praxis. Irgendwann habe ich dann auch angefangen, dort in den Zentren Karma-Yoga mehr zu machen. Dann dauerhaft dort zu sein. Da war die Praxis nicht mehr ganz so viel. Aber ich hatte dann noch mal immer wieder Phasen gehabt, wo ich... Also meine Minimumpraxis ist immer täglich drei Stunden. Und ab und zu mal gibt es dann Phasen, wo ich über mehrere Wochen oder Monate eigentlich den ganzen Tag Sadhana geübt habe. Wow. Während andere in Discos gingen im selben Alter, schätze ich mal, oder? Ja. Ja. Aber damals war es auch durchaus so, dass die jungen Leute mehr die Yoga geübt haben. Also es war durchaus so, im Center, wo ich war, ich würde annehmen, das Durchschnittsalter der Menschen, die da waren, waren so Mitte 20 gewesen. Und bei meiner Yoga-Lehrer-Ausbildung, wo ich dann gerade 18 war, da war ich noch nicht mal der Jüngste. Es gab zwei, die waren jünger als ich und relativ viele waren so Anfang 20. Es gab zwar auch einen, den wir damals als alt empfunden haben, der war irgendwie um die Ende 50. Dann gab es ein paar, die fanden wir so fast alt, die waren Anfang Mitte 40. Also damals war es mindestens da, wo ich war, da waren schon die Yoga-Übenden relativ jung und dass da junge Enthusiasten waren, die viele Stunden geübt haben, das war da üblich. Und ich hoffe, dass das auch jetzt wieder üblich ist. Gerade wenn man jung ist, da brennt man ja für etwas. Und wenn Menschen in jungen Jahren irgendwo nach Gottverwirklichung streben wollen, wenn sie irgendwo in höheren sind, da hat man ja die Power und die Kraft, wirklich intensiv zu üben. Vieles, was junge Menschen machen, ist ja extrem, wenn sie in die Disco gehen, um drei Uhr morgens zu Hause kommen und dann um acht Uhr wieder in der Schule sind. Das ist ja auch irgendwo extrem, das geht ja irgendwie. Aber wenn man diese Energie und diesen Enthusiasmus und dieser Wunsch nach tiefen Erfahrungen wirklich in die Spiritualität hineinbringt, da kann schon eine Menge erreicht werden. Bei meiner Yoga-Lehrer-Ausbildung, da waren eben viele dieser jungen Enthusiasten. Ich bin dann ja auch nicht erst um halb sechs aufgestanden, sechs war die Meditation. Ich bin um halb vier aufgestanden, habe dann erst meine zwei Stunden Pranayama gemacht. Da gab es einen anderen, für den war das nicht ausreichend. Die Asanas so zweimal am Tag, Asanas anderthalb Stunden. Der hat noch zwei Stunden am Tag, also um ein Viertel vor vier haben wir uns dann getroffen. Ich habe Pranayama gemacht, der hat zwei Stunden Asanas geübt. Und dann gab es noch einen, der war irgendwie von der Hare Krishna Bewegung auch. Und der hat dann jeden Morgen vom Viertel vor fünf bis Viertel vor vier bis Viertel vor sechs hat er dann Hare Rama, Hare Krishna gesungen. Also wir waren da schon ein enthusiastischer Haufen dort. Oder auch in dem Zentrum, wo ich gewohnt hatte. Ja, die waren auch alle gut bei dem Sadhana. Also das war schon so. Das ist schon ein Vorteil, wenn man jung anfängt, da kann es intensiv sein. Ja, ja. Ja, damals gab es halt noch kein Internet und dieses permanente Bombardement war vielleicht noch oder höchstwahrscheinlich nicht so da. Aber trotzdem ist es natürlich ein innerer Ausdruck, wo man hin strebt. Und dann hattest du quasi immer so ein Gerüst, mindestens mit deinen 20 Minuten Meditation. Und hat sich das über die Jahre und Jahrzehnte irgendwie so meandert in verschiedene Richtungen? Oder wie war quasi die Entwicklung von deinem Sadhana oder von deiner Meditationspraxis? Und wie sieht sie heute aus? Ich kann sagen, ich habe meine Grundpraxis jeden Tag mindestens 20, 30 Minuten Meditation. Jeden Tag mindestens 35 bis 45 Minuten Pranayama. Jeden Tag meine 20 bis 30 Minuten Asanas als Tiefenentspannung. Und dann erhöhe ich mal die eine mal die andere Praxis. Also zwei Stunden Sadhana am Tag wäre Minimum. Drei Stunden wäre eher das Normale. Sonst könnte ich das gar nicht machen, was ich sonst am Tag mache. Man braucht letztlich diese Power. Wenn mir Leute sagen, ich habe die Zeit nicht für Praxis, dann sage ich gerade, wer keine Zeit hat für die Praxis, für etwas, der muss intensiver praktizieren. Dann kriegen wir Dinge schneller und besser getan. Und man hat auch die Energie. Und jetzt tatsächlich momentan ist es so, dass ich mehr meditiere. Ich meditiere jeden Tag zweimal. Zum einen gebe ich ja jeden Tag einen Satsang. Da ist ja typischerweise 30 Minuten Meditation dabei, wenn es morgens ist, 20 Minuten abends. Und dann habe ich immer noch eine weitere Meditation, die irgendwas dann zwischen einer halben Stunde, mal ein und mal zwei Stunden ist. Und das ist jetzt momentan, würde ich sagen, ist mehr Meditation meine besonders intensive Praxis. Und wenn ich mal ein drittes Mal am Tag Meditation mache, ist umso besser. Dann habe ich ja auch Zeit, so eine Urlaubszeit auch. Und dann sind es mehrere Stunden am Tag Meditation. Habe ich das richtig verstanden, dass du quasi die drei Blöcke Meditation, Atemübung, Pranayama, Asanas, Körperstellungen, Yogastellungen, dass du diese drei Blöcke quasi verschieden mit verschiedenen Zeitkontingents oder mit so einem Zeitkontingent dahin und her geschifftet hast. Hat das einen gewissen Hintergrund, um deine Praxis lebendig zu halten? Oder ist das aus dem inneren Bedürfnis heraus? Das kommt dann so aus der Intuition heraus. Irgendwann merke ich, jetzt mache ich gerade Pranayama und dann merke ich nach 20 Minuten Wechselatmung, jetzt spüre ich, ich will weitermachen, dann wird es dann halt länger. Oder ich merke gerade, wenn ich Bastrika übe, also eine intensive Atemübung, dass die jetzt besonders viel bringt, da will ich nicht nach fünf Runden aufhören, sondern dann geht es halt weiter. Und dann merke ich das dann meistens nicht nur an einem Tag, sondern es wird dann so eine ganze Phase, dann wird diese Praxis stärker. Oder irgendwie in den Asanas zugeben, in den letzten Jahren ist mit den Asanas etwas weniger, da bin ich eigentlich zufrieden, wenn ich diese halbe Stunde mal auf eine Dreiviertelstunde erhöhe. Aber vermutlich wäre es auch jetzt besser, wenn ich mal wieder mehr Asanas machen würde. Aber die Meditation ist einfach schöner. Du hast es gerade schon angesprochen, eben wo du gesagt hast, wenn man nicht so intensiv praktiziert, kann man gar nicht so viel verwirklichen von den eigenen Ideen. Und das ist ja auch das, was ich selber auch vorher gesagt habe in Bezug auf dich, dass in meinen Augen weht dir so der Duft des Abhyasa, des kontinuierlichen Sadhanas nach. Also das kriegt man, finde ich, schon mit. Aber ich möchte trotzdem noch die Frage stellen, wie hat sich die Meditationspraxis in dein Leben übersetzt? Also welche Wirkungen hast du davon gemerkt? Wie hat es dein Leben beeinflusst? Das ist natürlich jetzt schwierig. Die Frage wird mir öfters gestellt, wie hat Meditation und Yoga dein Leben beeinflusst? Letztlich mit 16 habe ich begonnen und das ist jetzt eine Weile her. Und seitdem praktiziere ich letztlich. Mein ganzes Leben ist um Yoga und Meditation herum gruppiert. Das ist die Essenz meines Seins. Wenn ich euch jetzt sagen will, wie hat das damals beeinflusst, als ich 16 wurde? Das heißt, es hat mir eine Zufriedenheit gegeben, ein Zivil im Leben. Ich habe fest, da ist es wert, dort hinzugehen. Und es ist wert, dort auch Menschen zu helfen. Also einen tieferen Sinn im Leben dort. Natürlich hat es mich dabei zur Ruhe gebracht. Natürlich hat es dazu gebracht, dass ich mich lebendiger fühle, dass ich irgendwo so ein intensives Energiegefühl habe. Es hat auch dazu geführt, dass ich mehr Mut bekommen habe, Selbstbewusstsein. Es hat sicherlich dazu geführt, dass meine Kreativität sich ausgebaut hat. Das ist übrigens auch für alle, die zuschauen und zuhören. Kleine Warnung. Viel Meditation und Pranayaman Asanas heißt, du wirst mehr Ideen haben. Du wirst mehr Kreativität haben und du wirst mehr tun wollen. Also manche sagen ja, wenn man jetzt zu viel meditiert, dann steigt man aus dem Leben aus. Und dann, manche denken, auch wenn man meditiert, ist so eine Art Halbleben. Manche wollen auch aus dem Stress des Lebens aussteigen und deshalb meditieren und sich zurückziehen. Für eine Weile ist das ja auch so. Aber wenn man zum Beispiel sehr viel tätig ist und vielleicht ein bisschen ausgelaugt ist, dann ist Meditation erstmal gut, sich zurückzuziehen und neue Energie zu sammeln. Dafür machen es ja viele Menschen. So ein kleiner Gegenpol. Aber es gibt auch so eine kleine andere Sache. Man bekommt neue Ideen, man kommt in seine Kraft, man spürt das, was in einem angelegt ist. Und dann führt es natürlich dazu, dass man dann vielleicht aktiver wird in dem, was man so tut. Also das habe ich sicherlich auch erlebt und bemerkt. Und ich habe auch immer gemerkt, wenn ich mehr praktiziert habe, dann habe ich mehr Ideen bekommen und habe dann alle um mich herum ein bisschen wuschig gemacht, weil sie sagten, kann der nicht endlich mal Ruhe geben. Ich bin ja ruhig gewesen in der Meditation, aber wenn ich aus der Meditation rauskam, habe ich gesehen, es gibt doch so viel zu tun in der Welt, wo wir versuchen können, Menschen auf den Weg zu bringen. Menschen leiden, Menschen haben Schwierigkeiten, körperliche Schwierigkeiten, energetische, geistige, psychische. Da müssen wir doch was tun, dass Menschen aus diesem Leiden rauskommen. Und wenn wir die Tools haben, dann muss man die ja auch weitergeben. Und so habe ich dann immer wieder Ideen dort gefunden. Und so kann ich natürlich sagen, am Anfang ist klar, wie mir Meditation geholfen hatte, eben aus diesen Zweifeln und Fragen und dem Gefühl der Sinnlosigkeit des Lebens. Und letztlich, man könnte sagen, psychologisch hätte man sagen, war ich vorher in einem depressiven Gemütszustand gewesen. Aber spirituell würde man sagen, ich war in Shubecha, in der Sehnsucht nach einer höheren Wahrheit, habe sie nicht gefunden. Deshalb war ich frustriert. Aber als ich dann in die Meditation gefunden habe und gemerkt habe, dass dort Erfahrungen sind, die mehr sind als nur Glaube, das ist mein Leben geworden. Das ist so überschreiten. Das kann ich mir Leben nicht vorstellen. Ich finde auch schön, dass du vorher gerade gesagt hast, das ist vor allem, wenn man mit Meditation anfängt, auch ein wichtiger Punkt zu wissen, dass man am Anfang quasi, man säubert seinen Geist von allem Unbild, oder was heißt Unbild, aber von allen Schwankungen und allen Extremen und allen Traumas und Schmerzen und alles, was einen halt zu Ängsten und sonstigen auch emotionalen Befindlichkeiten oder emotionalen Befindlichkeiten. Und das wird aber durch die Meditation, ich wollte jetzt sagen, pazifiziert, also befriedet, aber ich weiß nicht, ob es aufgelöst oder befriedet, bei mir ging es halt dadurch weg und nach einer Zeit ist es weg. Und dann merkt man richtig, bei mir war das so ein Punkt, der kam nach einem halben Jahr durchgehend intensiv, da hatte ich so, das ist jetzt schon länger her, damals hatten die Autos noch so Aschenbecher drin und da hatte ich so das Gefühl, es ist wie, als hätte ich so ein Vollraucherauto mit so einem überquellenden Aschenbecher und durch die Meditation habe ich den rausgezogen, in den Mülleimer getan und der war dann leer. Und es gab bei mir wirklich so Meditationen, was mache ich jetzt mit diesem freien Space hier oben? Und habe mir dann eben gedacht, ja, das, was du schon immer machen wolltest, also so, was wolltest du schon immer machen? Und dann kommt eben quasi auch dieser Kreativitätskick und den kriegt man dann wirklich so quasi von der Wurzel her mit. Genau. Ja, weil er sehr bewusst ist auch, ja. Da du jetzt so auch intensiver praktiziert hast, was ich hochinteressant finde mit ein paar Sadhana Intensives, da hat man so ein bisschen zumindest schon mal reingerochen und Sadhana Intensive heißt halt einfach, ich weiß nicht, zehn Tage oder so im Wald sitzen und atmen hauptsächlich, keine Ahnung, zwischen acht und 16 Stunden am Tag und dann so ein bisschen meditieren und dazwischen schlafen und kurz Yoga, damit die Beine nicht einschlafen. Und da kamen bei mir definitiv auch tiefe Erfahrungen und da möchte ich dich jetzt auch eben nach deinen fragen, weil ich habe schon das Gefühl, je tiefer die Praxis ist, also je tiefer du es ist, es ist was anderes, ob du jeden Tag 20 Minuten meditierst, was sicherlich auch sehr gut ist, aber dann wirklich für einen Durchschnittsmeditierer doch in hohe Meditationshöhen zu klettern, was das Volumen an Praxis anbelangt. Was hat das, also wenn du offen bist dafür, magst du über Erfahrung oder was das so für dich quasi so, wo ja die Augen des Herzens aufgegangen sind oder Erkenntnisse gekommen sind oder was für dich eine tiefere, im Vergleich zur Realität, die man eben sowieso lebt, eine tiefere Meditationserfahrung war? Ich möchte mal so eine herausgreifen. Das war eine, die ja letztlich dann auch zu Yoga Vidya geführt hatte. Ende 1991 hatte ich so die Zentren des Meisters verlassen, bei dem ich gelernt hatte, bin dann ein paar Monate gereist, darunter vor allem in Indien gewesen und dann bin ich auch in den Shivananda Ashram Rishikesh gekommen und war dort wahrscheinlich etwa zwei Wochen gewesen. Dort habe ich auch viel meditiert, Pranayama geübt, dort waren dann auch große Schüler von Swami Shivananda, war jeden Tag ein Satsang mit Swami Chidananda zweimal am Tag, Swami Krishnananda gab es Darshan zweimal am Tag, es gab einen Swami Brahmananda, den großen Vedantin und so war ich so gefüllt mit dieser Weisheit und dieser Energie dieser großen Meister und in der Meditation und kurz bevor ich abgefahren bin und als ich dann mich hingesetzt hatte, da bin ich plötzlich in eine ganz tiefe Meditation gekommen. Plötzlich war der Geist vollkommen ruhig und ich habe gemerkt, da ist die Gegenwart von Swami Shivananda. Dann habe ich Swami Shivananda irgendwo gesehen, wie er riesengroß wurde, wie er sehr leuchtend und lichtvoll war und dann habe ich plötzlich gemerkt, ich bin nicht mehr in diesem Körper, ich bin nicht mehr in Rishikesh, ich bin irgendwo in einem Unendlichen, es gab auch kein Bild mehr von Swami Shivananda, es war einfach nur noch Verbundenheit mit allem und es war unglaubliche Wonne, unglaubliches Licht und da war einfach nur Sein, kann ich sagen. Wie lange ich dort geblieben bin, weiß ich nicht. Irgendwann habe ich gemerkt, es zieht mich da wieder runter und dann habe ich irgendwo, habe ich innerlich noch gedacht, ich will nicht. Aber dann kam irgendwie die Antwort, du hast eine Mission. Und dann, als ich dann wieder Körper gespürt hatte und die Augen geöffnet, habe ich Swami Shivananda vor mir gesehen, der ja schon viele Jahre oder damals drei Jahrzehnte nicht mehr im physischen Körper gewesen war und der war noch leuchten und hat irgendwo so eine Segensgeste gehabt und hat mir irgendwo was bedeutet, also hat mir irgendwas gezeigt und danach habe ich irgendwo gespürt, ja, ich muss wieder zurück nach Deutschland, dort ein Yoga-Zentrum in Frankfurt aufmachen und dort würde dann eine größere Yoga-Bewegung entstehen, wo es dann auch ein Ashram geben würde für tausend Menschen und viele Zentren und irgendwo war auch dabei, es würden noch schwierige Phasen für die Menschheit kommen. Yoga würde dann auch wichtiger werden als Bindeglied zwischen Ländern und Kulturen. Diese Yoga-Bewegung würde über alle Kontinente gehen und da würde ich Teil dieser Yoga-Bewegung sein. Und was eben auch dabei war, das traditionelle klassische Yoga verbunden, aber auch mit moderner Wissenschaft und auch verbunden mit Demokratie und vieles, was moderne, westliche, demokratische, humanistische Gesellschaft ausmacht. Also das war eine sehr bewegende Meditation und bis heute mache ich das ganz gerne, wenn ich mich hinsetze in die Meditation, die Meditation kommt nicht so ganz, dann stelle ich mir einfach vor, wie das so damals war und dann spüre ich diese Gegenwart und dann werde ich hineingezogen in eine andere Bewusstheit. Und die Vision, hat die dich die ganzen Jahre oder Jahrzehnte inzwischen getragen, könntest du das so sagen? Also eine tiefe Meditationserfahrung im Sinn natürlich ein Aphrodisiakum, um zu praktizieren, weil man ja weiß, wo es hingehen kann. Trotzdem kann es einem ja im Lauf des Alltagsgefechts, das man hier so vollbringt. Aber abhanden kommen. Aber so eine Vision, hat die dich durchgängig beseelt? Ja, die hat mich durchgängig beseelt, letztlich bis heute weiter. Wenn dann Zweifel waren, was soll man machen, was soll man da durchmachen, denn es ist ja nicht alles einfach. Es gibt diese Widerstände, jene Widerstände, es gibt alles Mögliche, was man immer wieder bewältigen muss, was man letztlich auch, was wir ja bei Yoga sagen, ist ja Karma. Jeder, der praktiziert wird, es ist nicht nur schön ab dem Moment, wo wir meditieren. Das heißt ja so schön, wenn wir meditieren, beschleunigt sich das Karma. Wir freuen uns alle, wenn sich was beschleunigt, aber das heißt ja auch, mehr Dinge passieren, mehr Herausforderungen passieren. Es gibt mehr zu tun, es gibt mehr, was äußerlich vielleicht auch mal schief geht. Und da hat es mir immer geholfen, dass da diese Vision ist und ich auch weiß, was ich tue ist ja nicht mein Werk, sondern das ist letztlich, ich bin da ein Instrument von letztlich Swami Sivananda und er will, dass das geschieht. Und in diesem Sinne hat ja jeder Mensch auch seine Vision und seine Mission. So wie du jetzt gerade die Mission hast, Interviews zu führen zur Meditation, das ist eine deiner Missionen, die du hast. Du hast ja auch noch mehr, du bist ja auch ein höchst kreativer Mensch, der auch alle möglichen Ideen hat und dann gucken, fragen muss, Gott, was willst du denn von mir? Was von all dem, was dort an Möglichkeit ist, soll ich denn umsetzen, kann ich umsetzen? Und das wird jedem so gehen, also auch alle Zuhörer, Zuschauer. Ihr werdet alle möglichen Ideen haben, die dort sind. Und dann vielleicht gibt es irgendetwas, was besonders trägt, was eine besondere Kraft hat, das längere Zeit anhält. Und natürlich ist die Vision nicht immer ganz so klar. Manchmal kann man auch Zweifel haben. Dann gilt es sich daran zu erinnern und weiterzumachen. Gut, dass du das ansprichst. Ich würde gerne noch eine Verfeinerungsfrage stellen. Eben wenn so viele Ideen kommen, hast du Tipps für das Auswahlverfahren oder einfach in der Meditation quasi die Antwort kommen lassen oder rein spüren? Ich habe mehrere Auswahlverfahren. Das eine Auswahlverfahren ist, wie viel Prana ist da in der, wie viel Energie spüre ich da? Das Zweite ist dann, wenn ich zu Menschen dazu spreche, letztlich fast nichts, was ich mache, kann ich allein machen. Ich lebe ja in einer Gemeinschaft und irgendwo, ich muss irgendjemanden finden, der auch dafür Feuer fängt. Wenn ich jemanden habe, der Feuer fängt, sage ich, okay, das können wir machen. Und eine nächste Methode ist auch, irgendwo einen kleinen Versuchsballon erst starten zu lassen. Wie man jetzt alles darauf umschaltet, dann sage ich, Gott, wenn du willst, dass ich das tue, dann probiere ich es mal aus und es liegt jetzt an dir. Wenn du willst, dass der Ballon hochgeht, dann gut. Ein Zeichen. Wenn er nicht hochgeht, sage ich, okay, es soll halt jetzt noch nicht sein. Vielleicht etwas, was später kommt. Und dann, wenn es dann, wenn dieser kleine Versuchsballon klappt, dann im nächsten. Aber natürlich, wenn es einfach eine Idee ist, dann ist es ja noch nicht irgendwas Starkes, dann bete ich auch. Für mich ist tatsächlich dann das Gebet. Dann frage ich zum Anfang der Meditation und Ende Meditation. Gut, mein Bezug ist halt besonders zu Swamishivananda. Wenn ich zu jemandem bete, ist es meistens er. Manchmal sage ich auch zu Gott selbst, aber er ist es häufiger. Wo ich dann sage, Swamishivananda, sag mir, was du von mir willst. Ich habe jetzt diese Idee, soll ich die nachverfolgen? Und so frage ich ihn dann vor und nach der Meditation und manchmal auch beim Aufwachen und beim Einschlafen. Manchmal sage ich dann auch so, wenn du willst, dass es tue, dann gib mir bis zum Donnerstag ein Zeichen. Ansonsten wird es zurückgestellt. Ich habe mir gerade schon gedacht, dass du wahrscheinlich im Lauf der Jahrzehnte dieses Verfahren verfeinert hast und verkürzt und die Signale wahrscheinlich auch oder das ganze Gebilde besser deuten kannst und schneller wahrscheinlich auch. Gut, und wenn es was ganz Großes ist, größere Dinge, die kann ich ja sowieso nicht allein machen, da haben wir ja bei Yoga Vidya demokratische Abstimmungen, dann bringe ich es halt in die Abstimmung rein und sage, geh dann davon aus, Swamishivananda wird sich jetzt manifestieren in der Abstimmung des Teams. Und dann wird es manchmal verfolgt und manchmal abgelehnt. Guter Tipp für Karma Yoga, um das Attachment, die Verhaftung zum Ergebnis loszulassen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Da wir gerade auch bei den Tipps sind, wenn jetzt jemand ein Meditationsanfänger ist, also ich habe mir gerade auch gedacht, ich glaube, ich fürchte, ich kenne in Deutschland zumindest bewusst, es mag ein paar Leute geben, die es von mir verheimlichen, aber ich glaube, ich kenne niemanden, der so stringent, ernsthaft praktiziert wie du. Insofern bist du natürlich eine ganz tolle Quelle für die nächste Frage. Wenn jetzt jemand anfängt zu meditieren, was würdest du für einen Ratschlag erteilen, um das möglichst, also den Weg zur Meditation zu ebnen? Es hängt jetzt von der Intensität der Motivation ab. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die eine ist, man hat so ein bisschen Interesse, aber weiß noch nicht so wirklich, dann würde ich empfehlen, fünf Minuten am Tag zu meditieren. Egal was ist, fünf Minuten, kann man morgens, mittags, abends machen, wann auch immer. Aber jeden Tag, was ich vornenne, was auch immer geschieht, ich werde fünf Minuten meditieren und am besten auch sagen, eine Woche lang mache ich zu deren der Zeit. Also sich innerlich für eine Woche verpflichten. Und nach der Woche kann man überlegen, waren das die richtigen Zeiten und dann beim nächsten Mal verpflichtet man sich gegenüber selbst einen Monat. Und zusätzlich zu den fünf Minuten würde ich dann raten, einmal die Woche mehr zu meditieren. Sei es 20 Minuten zu meditieren, das kann man ja auch mit der Meditationsanleitung machen. Bei Yoga Vidya haben wir ja auch die Yoga Vidya App und auf der gibt es kostenlose Meditationskurse, Meditationsanleitungen oder es gibt YouTube-Videos. Und natürlich noch besser ist es, in einen Meditationskurs zu gehen. Wenn man dann einmal die Woche in einem Meditationskurs ist, dann kriegt man immer so ein bisschen Inspiration, Anleitungen in der Gruppe, fühlt es sich ja auch gut an. Und dann meditiert man jeden Tag fünf Minuten und dann merkt man schon nach, nach ein, zwei Wochen, der Tag ist anders. Wer jeden Tag fünf Minuten meditiert, ich habe ja schon so viele Meditationskurse gegeben, also ich weiß das jetzt aus dem, was die Menschen mir dann berichten. Man schläft besser, der Tag verläuft anders, man regt sich über Dinge nicht mal ganz so viel auf, ist trotzdem engagierter und irgendwie ist der Tag anders, wenn man nur fünf Minuten meditiert. Und da gibt es natürlich viele verschiedene Meditationstechniken. Die einfachste wäre, man setzt sich einfach hin, beobachtet den Atem und wiederholt beim Einatmen, Om, Ausatmen, Om, Einatmen, Om, Ausatmen, Om. Om als starkes Mantra führt dann zu einer schönen pulsierenden Schwingung. Jetzt jemand, der mehr interessiert ist als nur so ein bisschen, da würde ich zum einen raten, mal in den Ashram zu gehen und mal so ein Wochenende mitzumachen oder eine Yoga-Ferienwoche oder so etwas, so eine Art Kickstart-Erlebnis zu haben. Das heißt, man taucht da mal zwei Tage oder fünf Tage eine intensive spirituelle Schwingung hinein und da öffnen sich einige Kanäle, man hat großartige Erfahrungen. Man kommt natürlich auch so ein bisschen in Reinigungserfahrung ein bisschen rein, aber dann ist man irgendwo drin und ab da am besten 20 Minuten am Tag meditieren. Das fällt dann auch leicht, wenn man mal ein Wochenende zweimal am Tag meditiert hat, zweimal am Tag Yoga-Stunde mitgemacht hat, da ist man irgendwie aufgefüllt mit spiritueller Schwingung und dann 20 Minuten am Tag geht leicht. So, das wären so meine Tipps für Anfänger. Ja, und ich habe so die Spezialklienten im Familienbereich, die schon bei Yoga sagen, oh nein, das kann ich ja überhaupt nicht, also das regt mich ja total auf. Ich kann ja keine, also sie sagen nicht, ich kann keine Minute sitzen, aber so geht es ihnen, dass das einfach, dass sie so gestresst sind, dass sie schon zurückscheuen, wenn man sagt eine Minute, weil man den eigenen Geist, der ist so hyperaktiv eben, also Leute, die quasi schon Angst davor haben, also nicht Angst, aber die gehen halt dann einfach mal so, jetzt probiere ich es auch, weil es gerade in ist und die dann sagen, also das ist so nicht meins, weil sie mit der Stille nicht klarkommen. Ich glaube nicht, dass sie nicht mit der Stille klarkommen. Ich glaube eher, es gibt unterschiedliche Meditationstechniken und unterschiedliche Meditationstechniken sind für unterschiedliche Menschen geeignet. Und wer jetzt vielleicht mit der einen Technik nicht so gut zurechtkommt, der sollte vielleicht eine andere Technik üben. Das ist so ähnlich wie angenommen, jemand sucht sich Schuhe aus, jetzt geht er ins Schuhgeschäft und stellt fest, Schuhe passen nicht. Also sagt er, Schuhe sind nichts für mich. Schuhe sind zu klein. Er hat ein paar Schuhe aus, war zu klein, haben gedrückt und hat gesagt, Schuhe sind nichts für mich. Was macht man, wenn die Schuhe nicht passen? Man sucht sich andere Schuhe aus. Und genauso auch, wenn man mit einer Meditation nicht zurechtgekommen ist, macht man eine andere Meditation. Es gibt die Mantra-Meditation, es gibt die reine Achtsamkeits-Meditation, es gibt reine Atem-Meditation, es gibt Licht-Meditation, es gibt geführte Meditation, wo man auf eine Visualisierungsreise geführt wird. Es gibt eine reine Chakra-Meditation, es gibt Energie-Meditation, es gibt so viele Meditationen. Ich habe noch keinen Menschen gefunden, der in einem Meditationskurs, den ich gegeben habe, nicht am Ende des Kurses gesagt hätte, ich habe meine Technik gefunden, mit der ich gut zurechtkomme. Also jeder, der anfängt zu meditieren und der sucht, wird seine Technik finden, die funktioniert. Und wenn man mit der einen Technik nicht zurechtkommt, eine andere probieren. Weshalb wir ja bei dem Yoga-Vidya-Meditationskurs, den wir haben für Anfänger, ja auch verschiedenste Techniken vorstellen. Noch kurz zu dem Meditationskurs, wenn du sagen kannst, wie viele Tage, also jetzt für einen Komplettanfänger, wie viele Tage muss er da einplanen oder sollte er einplanen für den Kurs und für die Erfahrung? Also wir haben ja in den Yoga-Vidya-Stadtzellen, viele bieten diese Meditationskurse an. Die meisten sind dann zehn Wochen, manche sind fünf Wochen Kurse. Und wenn sie fünf Wochen Kurse sind, haben sie meistens eine Fortsetzung. Also normalerweise in zehn Wochen kann man seine Meditationstechnik finden. Auch zum Beispiel in der Yoga-Vidya-App oder auch in dem Buch Meditieren lernen in zehn Wochen. Das ist auch so ein Kurs, der dann, wo man in zehn Wochen durchgeführt wird und wo man durch die verschiedenen Techniken durchgeht. Und auch dort weiß ich von Rückmeldungen, diejenigen, die die ausprobiert haben, gemacht haben, die finden ihre Meditation, mit der sie sicher ihren Geist ruhiger kriegen. Gut, jetzt da so ein umfassendes Praxis- und Meditationswissen, also macht ihr auch das Yoga-Viki. Und also gibt es noch einen Punkt über Meditation, den ich quasi jetzt nicht erwähnt habe oder was ich dich nicht gefragt habe, was ich oder was du aber gerne hinzufügen würdest. Vielleicht, es gibt jetzt die Zuschauer jetzt, Zuschauerinnen, manche werden neu sein, vermutlich werden viele schon regelmäßig meditieren. Ich würde sagen, manchmal Anfänger sind oft zu übermotiviert und wer länger meditiert, der hat irgendwo das innere Feuer oft ein bisschen verloren. Und das würde ich eben empfehlen Anfänger, zufrieden sein mit dem, was geht. Üben, praktizieren, loslassen, nichts erwarten. Aber Menschen, die länger meditieren, sollten so öfters an ihrer Intensität arbeiten. Nicht zufrieden sein damit, dass die Meditation einfach ein bisschen ruhiger macht, dass es sich besser anfühlt, dass man ein bisschen mehr Energie hat und irgendwo weiß, man schaut auch jünger aus als seine Altersgenossen, der regelmäßig meditiert. Und vielleicht der Geist funktioniert auch noch länger, wenn man jetzt ein gewisses Alter hat. Das gilt sogar als ziemlich sicher, wer meditiert und so weiter. Aber wir wollen ja mehr, wir wollen die Selbstverwirklichung erreichen, die Erleuchtung erreichen. Und da gibt es so öfters, wo man irgendwo sich innerlich aufraffen soll, einfach von der Inspiration her, ich möchte in der Meditation tiefer gehen. Dann kann ich auch beten, lieber Gott oder Shivananda, kosmisches, wo höheres Selbst. Lass mich doch jetzt wirklich in die Tiefe kommen. Ich meditiere doch jetzt schon eine Weile. Also diese Sehnsucht braucht es dann. Manchmal hilft es, das Buch zu lesen von einem selbstverwirklichten Meister, der das aus, vor allem mit Shivananda diese magischen Worte, wenn man dort ein Buch von ihm, es gibt auch dieses Buch Konzentration und Meditation, das wir demnächst im Deutschen neu rausgeben werden. Oder es gibt andere Bücher von ihm, Inspiration und Weisheit, dann liest man das, er kommt wieder dieses Feuer. Wenn man dann meditiert, wird es leichter. Also Anfänger, üben, praktizieren und davon ausgehen, was auch immer geschieht, ist gut. Wer länger dabei ist, zwischendurch intensivieren. Und natürlich, also für mich auch sehr inspirierend, Bücher von Meistern für die eigene Praxis. Also ist wirklich wie ein Streichholz in Öl schmeißen. Und aber natürlich auch, wenn man mit der Gruppe ist es ja doch auch für den Anfang, einfach trägt einen die Gruppe und man kriegt mit den anderen geht es ähnlich. Und so wie mit allen Prozessen ist es eigentlich ganz angenehm, was Neues mit anderen zu machen. Und dafür kann man natürlich auch in einen der Yoga-Vidya-Ashrams, tausend Dank hierfür nochmal, Sukadev, da kann man nach Bad Meinberg gehen oder was haben die Leute, man kann ein Wochenende, auch ein Meditationswochenende buchen, wenn man wenig Zeit hat. Also es gibt verschiedene Angebote auf yogavidya.de, also yoga-v-i-d-y-a.de und dann einfach Meditation eingeben, dann findet man verschiedene praktische Übungsmöglichkeiten. Sukadev, vielen Dank für das Gespräch. Ich weiß aus meiner Interview-Erfahrung für das Center of Excellence für Meditation, dass meine eigene Praxis sich extrem intensiviert hat durch dieses Interview-Führen. Und es war jetzt nicht so, dass meine Interviewpartner mir vollkommen neue Dinge vorgestellt haben, sondern eher, stimmt, habe ich vergessen, oh, mein Altar eingestaubt oder so. Und plötzlich wird das belebt im Austausch mit anderen, kommen dann eben auch Ideen. Und es ist wirklich, kann ich jetzt aus jüngster Erfahrung sagen, es ist nur dieser kleine Funke von Inspiration, der einen da hinbringt. Eigentlich ein genauso großer Akt wie, nehme ich jetzt Aprikosen, Soja, Joghurt oder was auch immer oder Erdbeer. Also es ist nur so, gehe ich jetzt da tiefer oder nicht. Es ist nur eine geistige Entscheidung. Und wenn einem die Themen eben nahegebracht werden, dann muss man wie, wie heißen diese Restaurants, wo dir auf dem Fließband alles vorbeikommt und du nimmst ja beim Japaner deine Sushis oder sowas runter. Und du nimmst ja deine Inspirationserfahrung da raus. Ja, in diesem Sinne und gerade eigentlich auch wirklich nochmal, denn unser Meister Swami Sivananda, innerer Frieden ist die Grundvoraussetzung für äußeren Frieden. Das Thema ist hochbrisant, wie wir alle wissen und auch wenn wir uns manchmal eingeschüchtert fühlen oder uns denken, was können wir tun für so unsägliches Leid, das gehofftermaßen, dass es nicht passiert, leider doch wieder passiert. Man kann etwas tun, man kann für inneren Frieden sorgen und je mehr Menschen das machen, umso mehr wird sich gesellschaftlich in Richtung Frieden und es klingt so kleinkrämerisch, wenn man sagt liebevolles Miteinander, aber letztendlich das ist die Essenz. Es ist die Essenz unserer Lebensqualität und dessen, wie wir wachsen können im Leben. Und deswegen wirklich der Aufruf, Leute meditiert, probiert es aus, gerne auch postet unter das Video eure Meditationserfahrungen. Wir planen auch eine Frage und Antwort, wo man persönliche Meditationserfahrungen und Fragen stellen kann und sie eben auch persönlich beantwortet bekommt. Denn es ist wirklich eine Mission. Ich glaube, der Dalai Lama hat gesagt, wenn man achtjährige Kinder in Meditation unterrichtet, ist spätestens nach zwei Generationen gibt es keinen Krieg mehr. Und jetzt haben wir ja eigentlich schon dreieinhalb Generationen, wo es keinen Krieg gab und wir sehen, wie schnell man da wieder hinschlittern kann. Also es ist keine Ruhe von außen gegeben. Die innere Arbeit ist nötig und wir hoffen auf euch. Genau, lasst uns alle meditieren und gegenseitig inspirieren. Vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Inspiration und für das Gespräch, lieber Sukadev. Und wir freuen uns auf euer Feedback und gemeinsam durch Meditation mehr Frieden in der Welt zu verwirklichen. Danke, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal. Om Shanti, Shanti, Shanti.